wir reden mit den reden dann sprich doch will man oder das ist schön die eine ringnummer jeder glaubt er kann damit arbeiten und die welt besser machen ja was sagen wir was sagen wir den beiden in vorlauf der seite ich bin wohl dafür dass sie benutzen weiß nicht wird jetzt nicht sagen ihr sind aber ich finde seine meinung anscheinend ist der redebedarf von beiden damit gedeckt ich hab das ja auch schon mal benutzt gehabt in der hast ein gericht start zu kampf gegen hält der träger drei züge lang wucht was auch mal wucht ist ein helm blauer hast du ihn eingepackt jetzt ja wenn du ihn eingepackt hast kann ich es mir mal angucken auf englisch you get momentum hilft mir jetzt aber auch nicht weiter wie ehrlich bin find ich schon cool wenn das dabei stehen würde was das genau ist hast du weißt das nicht was bist du denn für ein dnd spieler du bist auch ein dnd spieler weiß es nicht natürlich nicht standbild alles geht es gab bei mir glaube ich gestorben ja ich muss das spiel neu starten ja das war dann bald das geht gerade damit ist der anderen outcome wir haben jetzt nicht die gespräche mit will und las hier gehabt ansonsten sind wir zu einer selben stelle wie vorher auch ich mach mal die truhe auf ist wieder dasselbe drin und diesmal ist schriftrolle knochenkälte noch ein halter drin gewesen das ist auch nicht immer dasselbe scheiß da drin gesagt da hinten hinter dem haus sind anscheinend noch welche da war da ist eine bar da ist eine bar da ist ein ganz tolle das ist eine apotheke ja du ich such den keller jo war zu lieb mörser und stöße brauche nicht die lieferkammel da ja hast du einen halter dran gestehen lassen noch gar nicht alles durchgeguckt habe durchfurz macht ja nicht so magiegeräusche die ganze zeit die gesetzte der drei haben sie runtergegangen ich würde gerne hier noch die drei vier sachen mitnehmen jetzt ist es zu schnaps erwarte ich komme runter jetzt ganz viele alchemie schädelnden fässern das überlasse ich schön gerne hier sind heiltränke drin vier stück gleich kannst du dir gleich wieder welche abzwacken flaschen erstmal hier zu der distelle hin nice apotheke lohnt sich vor heiltrank steht hier noch flasche flasche große flasche holztisch ich weiß wieder nichts drin noch mehr ich habe was gefunden da ist ein hebel hinter der kiste wenn wir durch sind hier mit dem raum kann ich auch mal dran ziehen ich habe die kiste mal zur seite gestellt holztisch aber was drin ne nagebuch des heilers die patienten stehen da drin richtiges gift heiltrank oh ein portion of speed noch eine portion of animal speaking war nur schön mit um die knochen kerbs kerbs teelrauch bermut holztruhe hast du gelootert hier noch klamotten mal kaputt sorry mal kaputt nur wasser noch ein halter egal ich glaube das war es an den boden auf oder na warte kurz hier der feuerresistenz ich mach mal kurz ne paul wieso habe ich ja nur noch 14 help weiß ich nicht wurde ich vorhin mal getroffen möglich willst du nur kurz eine showrest machen nö dann ja hau raus hoppala gemacht möglicherweise deinen inventar ein bisschen umsortiert junge aber ganz möglicherweise was hier steht mir jetzt noch im körper nehme ich mit lass dir verpiss dich keiner will mit dir reden man nur im weg gestanden noch mehr knochenkappen oh jetzt gehen wir mit links beigeschaltet wie triol aus knochenkappen mit äh sehr gern im start cool ein kacke kratzer huch war das oh shit ich hab den shark versucht aufzumachen dann ist einer ausgekommen wusterwächter ja und wir sind jetzt alle verrauscht wie sich seine freunde auffängt der bastard mhm kernkämpfer fragilerwächter ja ich bin da mal sonstweise muss ich ja tiergestalten geboten alle verraten und will gedauert und will macht gar nichts die home salm tep doch dahin sind zwei Särge hier sind auch noch mal zwei oder um ein und einige Särge noch ja und er will zu den anderen hin, der da fast tot ist oh scheiße dann gucken ob ich den krieg mach mal ich komm nicht mit dran mit dem Nahkampf an oder auch nicht ich kann ihm zumindest ein bisschen im weg stehen und ich kann mit Lassiel noch mal hinterher schießen ich kann ihm nur einen normalen Schuss verpassen aber er muss zumindest an mir vorbei wenn er ja wenn ich ihn treffe dann ist er tot ich brauche ganz dringend Healing ja, der nächste ist scheiße ich werde mir mal eine Healing Potion, glaube ich, einverhalten mach das wenn du das Teamling brauchst, dann kann ich in meiner Gestalt bleiben kannst du von mir eine Trank der Mächtigen Heilung ziehen, wenn du willst ich meine normale nehme ich, warum auch immer was ist dran, Lassel? was ist dran, Lassel? was ist dran, Lassel? ich kann keine nehmen, warum auch immer keine Ahnung, vielleicht ist deine Bonus Action schon aufgebraucht nein, ich konnte ja Healing Word benutzen dann haben die irgendwas mit mir gemacht, dass ich mich nicht heilen kann wirklich, ich heiße es nicht danke übrigens für die Dolch, Volker Wieso, was meinst du? im Ehrlichstes danke? nein, Lassel reingelaufen muss und 14 Schaden bekommen hat ich weiß aber, warum läufst ihr da rein? weil ich mit beiden einklänze, ich wollte noch einen Rundumschlag machen ja, ne, ich bin tot ich kann nicht drankommen ja wird den ungern zu zwei sergen lassen die hier noch stehen diesen nachkampf reichweite von einem anderen boy ich bin ja mit drei mann jetzt um den einen rum ja sie hat sieben leben wenn sie jetzt weg gehen also ich kann mich gleich machen oder nicht ich musste es aber an halt rank nehmen können nur klein genau Jetzt ist er auch dran. Jetzt sehen der andere hat noch drei. Es trifft doch. Jetzt können wir nach vorne hier wegen gehen. Bist du lügend? Okay, dann gebe ich auf den anderen. Hier, das ist der letzte. Ich habe ihnen einen guten Witz erzählt. Danke schön. Hier ist ja noch einer. Jetzt noch ein Ding. Ein School of Bone Chill. Was kann das denn? Knochenkälte. Ach, das ist das, was die mit mir gemacht haben. Dann will ich aber vorher eine Schraubrest machen. Überleben? Wir haben alle gerade den Überlebenshof verpackt. Irgendwas ist hier. Nein. Wieso nicht? Haben wir eine Schraubrest werden machen? Ja, bitte. Danke. Wasser, Weihrauch. Wasser, Weihrauch. Eine Schraubrest. Was? Ich kann mir einen Companion summonen. Was? Warte, 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 warte. Ich sehe es nicht. Ich habe einen Schraubrest. Ich habe einen gekauft. Na gut. Du holst die Schaufel, ne? Ja. Dann hol mal. Ich sortiere mal mein Inventar wieder so halbwegs neu. Geht nicht. Was? Und das ist auch. Ah, ich kann diesen. Kannst du nicht aufmachen? Da sind drei Sklops drin gewesen. Ein Dark Journal. Ein Gold. Was war das denn gemacht mit dem Sortieren? Ich habe irgendwie anscheinend mehrere Sachen gecrapt, die ich nicht graben wollte. Ich weiß aber auch nicht wie. Auf einmal hat es aber alles verschoben, als ich nur die Dings splitten wollte. Link. Aber mit Sortieren hat es das Inventar eh nicht so. Also wenn du die angreifen willst... Ich habe die alle schon aufgemacht. So. Gut. Wenn man nur beim ersten direkt den erwischt, wo einer drin abhängt. Wo kamen wir her? Wir kamen hierher, ne? Ja. Dann geht es da weiter. Hier ist ein Spiegel. Hier ist ein fancy Spiegel da oben. Oh. Oh da, jo. Vierter Spiegel. Machen wir jetzt ein auf Schneewittchen? Looks empty. Willst du mit dem Sprecher? Ja. Ich habe schon. Und drin. Oh cool. Ich kann mir... Äh. Ja. Ui. Ui. Guck mal. Ich kann von dem Namen, ne? Von dem Buch, was ich gerade gelesen habe. Jo. Okay. Der Spiegel ist intelligent. Achtung. Achtung. ờ. Achtung. Wunsch! Zeitung! Wunsch! Bache auf oder ich schnack dich ein Stücke! Oh! Ein dulzzer Allie, verletzt und einfacher! Zalki! Und die zwei. Verletzt weiter zu sein. Was? Perfす! Das magst du die Zalki-Bereinn? Du erinnerst die Geschichte von Zas-Tam? Dunkel ist, glaube ich, da doof, oder? Ich werde das zweite nehmen, ich weiß aber nicht, ob es richtig ist. Erste. Zweite? Erste. Ja? Ja. Acceptable. Finally. If you could see anything in me, what would it be? Die Badantwort geben, oder? Mach die Badantwort, ja. Oder hier, ähm, den Wurm loswerden. Nein, das ist, glaube ich, nicht gut. Okay. No. So cool. Cool, ich hab auch noch einen Inspiry gekriegt. Jawohl. Ja, ich mach mal Zwischenspeichern besser. Vertraue solchen großen, offenen Räumen nicht. Sind wir hier? Auch ein Trüffel. Ah, hier, krass. Sieht schon ein bisschen arena-like aus. Guck mal, hier hängt ein Wolf an der Wand. Silvanischer Stein. Lolas Kerze. Grundkrieg. Wie eigentlich eine Hyäne. Da wird der Wolfskopf. Da wird der hier in den Kopf, ja. Da wird der hier in den Kopf, ja. Kann ich mal in einen anderen Raum rein? Das ist schon auch ziemlich cool. Stoffbär. Den kann man, den kann man, da kann man was mit machen. Eine Truhe mit Scrolls nochmal. Bermut. Besselkorb. Große Vase. Was? Ich hab' ja in der Mitte gesehen. Ne, Kristallkugel, nimm mal mit. Oben in der Mitte. Ui. Meeresviech, oder? Ein Wal oder sowas? Mhm. Bracers of Defense, you gain 2-2 Bonus on Armor Class. Wunschungsnotizen. Tote erweckten. Miss Lungen, zu lange tot, Leiche verwest. Wiederbelebung, Miss Lungen, als Ghul zurückgekehrt. Mit Toten sprechen Miss Lungen, Antworten waren nicht hilfreich. Kloben Miss Lungen, lebendiges Quebe benötigt. Wiederbelebung, Kloben Miss Lungen, musste beide Ghule töten. Schiss, 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 ich bin in die Falle gelatscht. Jau. Hier ist einer, zumindest. Ich glaube, ich bin noch nicht ganz rein gelaufen. Huh. Ich würde versuchen es da zu entdingsen. Ja. In Not habe ich übrigens auch noch einen Schärfungskid in meiner Tasche. ersten zehn noch mal erfolgreicher wurf ist gut schriftrolle federfall haben wir den schlüssel gefunden den ersten kampf mit las hier da wo der zweite unter uns stand der mit las hier einen schlüssel gefunden ich meine man kann es doch einfach versuchen einfach zu pickpocken hier ist doch ein rostiger schlüssel lag hier im regal habe ich aufgenommen jetzt noch ein hebel ich würde jetzt mal die tür hinten aufmachen wollen ja oder es ist schlecht ich habe perception gefällt wir haben alle perception gefällt das ist eine miese falle da drin safe da liegt ein fucking nick äh dings nick und mumikon wills haben aber viel spaß ich bin dann hier hinten kann ich zur not wiederbeleben das liegt doch auf so einer dings platte mal mit begleiter draußen gelassen zumindest hier mal mit reingucken die kokons auf spinnenseite können wir doch nie vielleicht ist da was drin anscheinend nicht die typen schließen dich bestimmt über den haufen kannst du nicht das ding von hinten aufheben und dann ich glaube bestimmt nicht mehr durch nochmal zwischenspeichern dann können wir das mal versuchen in 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 Vielen Dank.